Hallo meine lieben Kumpels und Kumpelinen da draußen. Ähm, ja, ihr ahnt es, was wir hier gerade Abend tun. Nacht. Okay, nein. Wir haben das Singapair-Projekt. Und da ihr mir nicht gerade viel in die Kommentare geschrieben habt, habe ich mir einen Namen, musste ich meinen ganzen Brain zusammenreißen und musste mir einen Namen aufreißen. Oh, das hat er gelaufen. Und? Mir ist da tatsächlich ein Name eingefallen. Und ihr werdet das sicherlich schon gesehen haben, aber wisst ihr was? Ich juckt mich nicht. Ich schreibe es doch mal rein. Ich habe jetzt keinen Bock mehr zu sagen. Schreibe es doch mal. Kabel-Projekt. So wird das Ganze heißen. Und. Und. Joa, also wenn euch das gefällt, könnt ihr ja mal ein Like da lassen, ne? Und ich gleich jetzt noch hoff, dass ihr die Verstellerin seid. Das ist ganz cool. Und wir werden uns jetzt direkt mal auf die Suche machen. Zum Beispiel ein waschen Stein. Waschen Stein muss sein. Und ich habe vorhin, na, was heißt vorhin? Das sind die Minuten vielleicht. Das habe ich gesehen, die laufen über Schweine und Kühne rum. Da wollte ich gerne mal welche einfangen. Deswegen brauche ich Holz. Ich habe keine Lachse dabei. Joa, ich will so ein Schlaues kriegen. Und wie ihr seht, habe ich noch mal checkt, ob ich das weg. Weil ich das relativ geil finde. Juhu, wir haben Samen. Ich hätte gerne ein bisschen Holz versagen. Ich werde auf demnächst, vielleicht demnächst, ein kleines zweites Projekt starten. Was da nämlich wäre. Und es könnte sein, dass ihr in der Gruppe ein paar komische Geräusche findet. Wieso? Das ist dann meine Bruder, meine Mutter, meinen Vater, meine Geschwister und meine Eltern. Die tun nämlich gerade ein bisschen nicht so das machen, was ich will. Deswegen. Die sind so ein bisschen am Bienen, ne? Am, am, am nicht behorben, am Bienen. Ne, ich bin da. Ne. Oh, ich habe den Helm auf. Cool. Ich habe den roten Helm auf. So, ich habe dann dieses hier und dieses hier und dieses hier und dieses hier und dieses hier. Dieses hier und dieses hier und dieses hier und dieses hier. Nein, Chip-Updater, ich will das jetzt nicht. Nein. Oh, da habe ich es nicht geworfen. Nein. Entschuldigung. Ich habe gesagt, nein. So, mir nervend ist die Münde. Musch, man muss schon leer installieren. Also wichtiger sind hier jetzt, glaube ich, Kühe wegen Rüstung auch. Da schwägen fangen wir jetzt die Kühe an. Den Kühe. So, uns ist das auch okay. Stück mal drück. Stück mal. Stück mal drück. Stück mal drück zu deinem Puppel darüber. Diese blöde ist auch schon nicht hier. Alter, Mann! Mach mal Platz. So, zack. 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 Äh, 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 äh. Hier wird nicht geschummelt. Hast du mich verstanden? Mist geworden. Mach doch mal Platz, jung. So. Machst du noch mehr Platz? Ah, äh, äh. Oh, äh. Sack, zack, zack, zack. So, jetzt komme ich hier in die Frau. So, Amy ist gebohrt, komm mal her. Ja, du. Uff, ist schon ne richtiger. Das leckt glaub ich ein bisschen klopft, weil das sich richtig dahinter... Bleib stehen! Du läufst jetzt dahin! Entschuldigung Freunde, wenn das jetzt gerade gefühlt ist. Ein bisschen langweilig, Schiff. Aber ich will einfach kürzen. Dumme kleine spaßige Kühe. So. Hi! Jetzt gebohrt. So. Ich hab Hunger. Frieden? Frieden! Ey! Ich bin schlecht in PvP, Frieden! Frieden! Ne, du bist fett. Ha! Easy, noob, gedreckt. Leute, playe! Hab ich vielleicht halt wieder? Gut. Gut. Oh. Oh, Slack. Easy, noob, gedreckt, learn to play. Danke. So, dann würde ich gern mal dahin gehen. Ist da wat? Hüpp! Kann's mir leisten. Welche Höhe sind wir? Wir sind jetzt Höhe 63. Ich hätte gern mal ein bisschen... Eisen? Bäh! Und dann beleuen... Ich würde sagen, ob der Fluthaus fällt. Bäh! Bäh!!!! Bäh! 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 Runterbauen, 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 runterbauen. Ja, das macht Spaß. Ja, ja. Ja, das macht Spaß. So, wir haben jetzt auch einen Song erfunden, wo wir brauchen. Ja. Moment mal kurz. Moment mal kurz. Moment mal kurz. So, ich bin wieder da. Ich hab nur gerade mal zu meiner Mutter geschrien, dass sie das gerade aufnehmen. Ich bin wahrscheinlich schon wieder vergessen. Hm? Hm? Okay. Hört auf, hört so dumme Geräusche zu. So dumme Geräusche von mir zu geben. Oh, das sind auch noch Viecher. Oh, wir haben eine Level. Woohoo! Oh, und gestern kam ja schon ein Video. Da hab ich mich ein bisschen mit dem Player auseinandergesetzt. Und, äh, ich hab mitgekriegt. Ich bin relativ gut im Single Player. Ja. Denn, ich habe in einer Dreiviertelstunde volle Gearest. So, guck, die ja Sachen halt, also Schwerte und so, gehabt. Ich hatte es mal Rakti, ich hatte 80 Redstone, ich hatte eigentlich alles, was man so hat. Nö, Oxidian, Höllportal, Zaubertisch. Mal gucken, ob wir hier auch in drei Folgen fertig sind. Nein. Apala. Wir springen ja hier nur die ganze Zeit rum. Ich hätte nämlich hier mal ein bisschen davon, na. Ich hab' auch mal einen Schiffen ab und nicht zu gehen, ne? Ach, das Schiff, meine ich. Oh nein! Oh nein! Ey, wir kriegen ja auch etwas Schaden. Doch jetzt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen shit for my life, oder? Ein bisschen shit for my life. Ein bisschen shit for my life. Hüp, 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 hüp. Und springen, und springen, und springen, und springen, und springen, und springen. So, dann haben wir noch keine Kohle, ne? Da ist es scheiße. Vielleicht finden wir hinten... Ich wollte hier nicht runter. Ich soll da drüber springen. Vielleicht finden wir da hinten ein bisschen Kohle. Ich hab jetzt hier Kohle für mich. Ich brauch noch mehr viel, Alter. Ich hab' schon wieder keinen Timer gestellt. Und, äh, ihr könnt mir natürlich... Oh mein Gott. Was? Da ist nicht wirklich der Wüstentempel. Jawohl. Ich hab' nicht gesagt, dass da der Wüstentempel ist. Jetzt gerade. Ihr könnt mich natürlich in die, äh, Kommentare schreiben. Ob ich auch mal... Oh mein Gott. Ob ich auch mal die PvP... Videos... Ne? Ob ich die auch mal... kommentieren soll. Ich glaub, wenn man hier runter legt, klatscht man direkt da drauf, ne? Genau. Ich hab' genug Döcke dabei. So, ich baue mich hier richtig gezielt runter für die ganzen Küstenarm. Das ist nämlich immer lecker. Oh mein Gott. Hatte ich das gerade auch gehört. Ich hab' mich gerade fast eingekackt. Oh, ne. Für dieses Spiel ist alles da. Dankeschön. Das bin ich ja nicht dran. Ich will auch... Oh, ein Sattel. Geil. Fünf Eisen. Jo. Äh. Ja. Äh. Easy Noob get wrecked. Äh. Learn to play. Noch ein Sattel. Alter. So. Bei uns läuft! So, das baue mal ab. So, dann kann ich das auch nicht mehr gefährlich sein. So, hau' ich jetzt nicht hier. So, mach schon jetzt mal ein bisschen viel Temad hier. Das ist jetzt alles mehr. Easy Noob get wrecked. Oh mein Gott, wie schnell baut man das ab. So, danke, danke, danke. Jetzt haben wir den hier gleich noch geblendet. Jetzt muss ich mich nur noch gezielt drauf holen. Aber ne, schön. Das war hier nicht. Boah, das hat sich ja schön gemacht, hier. Das war so. So, hier sind glaub' gar keine Kisten mehr, ne? Ne. Du gehst nicht raus. Ich will raus. Ich will hier raus. Oh, dann ist direkt ein Dorf. Jo, was ist denn hier los? Warte, stell los. Freunde. So, und jetzt könnt ihr mir hier mal in die Kommentare schreiben, ob ich hier gerade richtig laufe. Schreibt jetzt sofort in die Kommentare, ob ich hier... Ja, da hinten ist mein Holzturm. Jetzt braucht ihr es nicht mehr in die Kommentare schreiben. Jetzt fragt ihr es, ich werde die Kommentare schreiben. Nicht mehr in die Kommentare schreiben. Ey, hört auf, ich hab' gesagt, ich soll's nicht mehr in die Kommentare schreiben. Ich seh' das. Äh... Ich will Kohle. Auf jeden Fall haben wir schon mal TNT und das sind nicht... Oh, jetzt dachte ich schon, hier gibt's 80.000 Blöcke nach unten. Blakram. Ähm... Dann ist Lara, hab' ich gerade gesehen. Ja, und wie schon gesagt, das Geilbluff Let's Play wird dann starten, wenn dieses hier vorbei ist. Also ich denk mal so direkt danach, vielleicht höchst spätestens ne Woche später. So, dann tuten wir das mal hier rein. Das, 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 das. Haben wir hier gleich mal ganz viel gesnackt. Geschnackt Hammer. Geschnackt. So, und ich würd sagen, weil wir zu arm sind, um uns Äpfel zu holen, und auch keine Gold-Appel brauchen, machen wir uns mal ein bisschen rutschung, weil wir keine haben. Ich hab' ja gehört, der Goldhelm soll ja genauso gut sein wie der, äh, Eisenhelm. Das find' ich relativ geil. Okay, so. Und dann machen wir uns noch ne Brust. So. Goltanisch. Und die Eisen nehmen wir dann für Dings. Für Dings. Und hier hier rein. Äh, einfach noch alles hier rein, was wir in den Kopf brauchen. So. Es wird schon wieder dunkel. Ich hab' immer noch keine Kohle. Gut, ich hab' grad geguckt, ob mein Mikro hier wird. So. Und dann machen wir uns noch ne Brust. Ich hab' jetzt schon mal selbstrechtlich. Komm, ich, ich geh' zu dem Dorf. Hab' ich die, das wird die Schmaragd mit dem Dorf. Falls mir da einer so wie was Goyle, was Goyle zwar der Schmaragd da tauschen soll. Und dann haben wir nicht ein schönes Haus. Schön in unserem Stern. Himmle. Himmle, ja. Was wollen die denn sonst noch immer haben? Sind die auch Heier? Na, jetzt sehen wir ja da. Ich glaub, die wollen immer nur Weizen und rohes Fleisch, ne? Also gebraten, nichts gemacht. Gebraten, was wollen die dann haben? Und wie schon gesagt, zehnte Folge werden immer uns da angestellt und dann... Oder? Wir machen, wir machen... Ich, ich, ich ändere jetzt die Regeln. Ich ändere das. Ich bin schön, ich darf das. Wenn ich das erste Mal gestorben bin, ist dieses Projekt vorbei. So ähnlich wie... Voila! Wie die Barro-Regeln. Ja. Oh, wir müssen die Schmiede plündern, hab ich gehört. Also bei der Schmiede soll es immer so... Teilweise sogar Diamanten würden. Geht alle weg. Ich will euch nicht hören. Hä? 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 Wie gibt's aber keine Schmiede? Was geht bei den Leuten ab? War doch hier. Sind denn was in Irfen drinne? Da... Wo geht's hier rein? Da. Bitte gib mir was. Eisen! Eisen! Eisen, 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 Eisen! Aber den Eisenhelm, den behalten wir nochmal so, weil... Der herrscht Gott. Und den wollen wir nicht gleich verrückt machen. Den behalten wir dann, wenn wir dann Monster anhaben. Ey, Missgebot, mach natürlich auch. Was willst du haben? Das war ja klar, Weizen, 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 Weizen. Guck mal, die, die hier drin sind noch durch. Das sind nämlich hier und dann... Hä? Das ist Käse und das geht... Aha. 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 Okay. Gut, dann geh ich mal wieder heim. Ich komm irgendwann mal wieder, euch besuchen. So, jetzt hätt ich eben gewusst, wo mein Zuhause ist. Ich hoff mal in der Richtung. Schreibt mir in die Kommentare, wie schon gesagt, wegen dem Thumbnail-Programm und so. Oder ob ich einfach jedes Mal dasselbe Thumbnail nehme. So, was weiß ich. Und Intro natürlich muss ich mir noch machen. Das hab ich langsam als mehr. Nur ich habe kein Schnittprogramm. Ich nehm mit Open Broadcast auch und damit kann man nicht schneiden. Deswegen ist das schon scheiße. Aber ich glaube, auf dem PC... Also bei Windows 8 ist ja, glaube ich, ein Schnittprogramm, äh, enthalten. Wahrscheinlich ist das schon geil. Hausbau und zack, zack. Achso, was ich euch noch gar nicht erzählt hab. Was jetzt natürlich du werde ich? Ja. Ich habe mir... Wie hatte ich die Hand? Wo ist denn meine... Hier. Ich hab mir ein bisschen... Ich hab jetzt mal ausgemalt. Wie ich mein... Wie und wo ich mein Haus baue. Warum ist denn das hier drin? Ähm... Ja. Bei die Krühe müssen wir dann auch mal gucken. Dann macht das kaputt. Und das machst du auch kaputt. Dankeschön. Und zwar bauen wir das Haus. Genau. Hier über diesen Fluss. Oh, ich sehe schon die Kommentare. Oh, da bist du doch scheiße. Aber nein, Freunde. Da bin ich nicht scheiße. Da bin ich nur cool. Dann können wir Tiefenfische als Haustür behalten. Das finde ich ja schon gar nicht. Und wir haben immer einen Notausgang. Falls was wir da drin ist bauen. Äh... Ja gut. Da kommt das Haus hin. Das war fertig. Projekt zu Ende. Und was. Nein. Das ist jetzt nicht passiert. Das ist mir jetzt nicht passiert. Das geht dann wieder mal gut. Ja, da sehe ich Eisen. Okay. Gib mir das. Das wird gern das Eisen. Dankeschön. Wir müssen ja kurz voll Iron machen. Das ist voll... Pul... Das ist voll Iron. Muss ja langsam beendet sein. Mann, hör doch mal auf. Also ich würde sagen, wir bauen jetzt hier das Eisen ab. Ich hab dir das gerade mal viel geschlagen. Wir bauen jetzt hier das Eisen ab. Wir bauen da die Cola ab. Und dann... Versuchen wir uns noch hoch zu klatschen. und dann beende ich auch schon die Folge. Entschuldigung, wenn ihr jetzt nichts seht, aber ich hab jetzt auch keine Fackel. Und ich seh alles. So, jetzt würde ich gern irgendwie wieder hochkommen. Ich seh extrem nett von dem Spiel. Ey! Boah, das ist jetzt nicht passiert. Jetzt hab ich hier einen Flascherstein. So, danke schön. Ich will wieder draußen. Twilight, ich will wieder draußen. So, jetzt tue ich noch meine Shit in die Kiste. Boah, dieses Bezacke dicker. Alles Bezacke for the win! Ich will das da rein tun. Jetzt hab ich hier eine gute Kiste in die Kiste. Fuck! Gut, da würde ich sagen... Moment. Ne, der 5. Da würde ich sagen... Oh, wir sehen doch schön aus. Guckt euch das doch mal an. Aber vielleicht mal ein Skintrap gemacht. Ich würde sagen... Ich würde sagen, wir sehen das dann das nächste Mal. Äh, das wäre dann übermorgen. Ja. Schreibt mir natürlich in die Kommentare, äh, was ihr gut findet. Schnittprogramm, äh... Dumpdayprogramm, äh... Weil ich einfach keine Zeit habe. Wegen der Schule momentan. Und deswegen werde ich, äh, mindestens besuchen, dieses hier, äh, normal hochzuladen. Habt ihr ja schon gemerkt, gestern kam mir nix. Also, wir sehen uns dann morgen oder übermorgen wieder. Also spätestens übermorgen auf jeden Fall. Und... Das nächste BVP-Videos wird auch kommentiert. Von mir selber. Und am Wochenende wird eventuell ein neues Format oder halt ein, äh, Together rauskommen. Wenn ich mir dann Teamspielgruppe gedacht hab. Und... Jetzt kommen wir endlich zum Ende. Wir sehen uns dann. Beim nächsten Mal. Meine lieben Freunde. Meine Kumpels und Kumpelin da draußen. Grabo... Graboniert. Abonniert kräftig. Guckt auch vor allem auf meinem Zweitkanal vorbei. Da mach ich die Baschere-Videos falsch hier. Und... Ich werde euch einen Kanal in der Videobeschreibung entweder verlinken oder einfach so einen Namen reinschreiben. Denn... Dieser Typ ist mein Kumpel und hat mir bei diesem ganzen Fest geholfen. Also hat mich unterstützt. Hat mir den Mut gemacht Videos zu machen. Und dem bin ich ganz sehr dankbar. Und er macht auch wirklich gute Videos. Er hat sich abonnenten oder so. Ich hör auf zu labern. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Raus. In die Mitte. Was weiß ich. Tschüss.